Diana Breobrazhenskaya, naja, so klein wird die wohl kaum sein, oder? Vielleicht ein altes Bild, wer weiß das schon, den Namen habe ich noch nie gehört. 2011er Jahrgang wahrscheinlich, vielleicht ist sie wirklich so gut, so jung und so klein. 2011er Jahrgang, zwölf Jahre alt, wenn überhaupt. Das ist der Hauptzug. Die Variante habe ich jetzt schon so häufig gespielt, aber glaubt ihr, ich kann mir das wieder merken. Also ich weiß bis hierhin, dahin. Und dann wird es wieder dunkel, jedes Mal. Mein Gedächtnis ist auch nur noch ein Sieb. Okay, sie denkt nach. Sie ist echt zwölf Jahre, ne? Ich meine nicht, Springer D6 spielt hier kein Mensch. Hm, so rum. Auf Dame B2, Läufer C3, Läufer B4. Jetzt muss ich den Läufer ziehen. Die Stellung ist aber nie klar, weil mein Läufer halt sehr schlecht ist. Rückständiger Bauauf. Kann ich nicht Läufer schlicht C4 spielen? Ne, das ist zu riskant, ne? Rohade, Turm D7, dann Läufer C4. Turm D4, Dame B4, B2, Turm D2, Dame B5. Machen wir den mal. Wenn sie hier nimmt, nehme ich da. Aber es gibt auch Läufer D3. Ne, Quatsch, was rechne ich denn? Okay, jetzt auch. Kann doch gar nicht gehen, oder? Na, was? Dame D4, ich Idiot. Verliere ich doch direkt. Ach, ich bin so schlecht. Komm, lass sein. TBG, lass sein. TBG, lass sein. Das ist so peinlich. Vor allen Dingen, was rechne ich denn da? Das ist so peinlich. Echt. Das, Fall. Das ist so peinlich. Okay. So, Zip, 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 Zip. Tierisches Glück schon wieder gehabt. Springer D6 ist nicht richtig, sie spielt das nicht korrekt, Läufer E7 ist besser nicht Läufer B4, ich habe aber hier keinen besonderen Vorteil und jetzt denke ich ewig nach und spielt diesen Zug hier und dann sehe ich Dame D4, ich habe nur Dame E4 berechnet, Dame B2 Schach und ich habe auch Turm B1 berechnet, aber nicht Dame D4, das ist richtig schlecht. F6 muss man natürlich machen hier, das habe ich natürlich auch sofort gesehen, Dame H3 habe ich gerechnet, aber hier kommt Dame B2, sie kann nichts dazwischen stellen und dann G6, F6 einfach. Oh Mann, Läufer C4 ist einfach ein Riesenfehler. Der Witz ist, dass das noch geht so ein bisschen, F6 sagt die Engine. Naja gut, ich habe Glück, dass sie, naja was heißt Glück, die Stellung ist schlecht, also nicht komplett verloren, weil ich zwei Bauern habe für den Läufer und naja hier bin ich, wenn ich dein gehe, verliehe ich diesen Bauern dummerweise. Also sie hat da sehr lange sehr gut gespielt, aber irgendwann hat sie Gegenspiel zugelassen, hier und ich kriege den E5 plötzlich oder sie geht mit dem Turm zurück und dann kriege ich die Linie und dann habe ich hier lauter Schachs, das ist technisch nicht so leicht.